Willkommen Leute, hier ist Janis Lee und etwas, willkommen zu etwas Neuem und zwar eine Diskussionsrunde zu dem VIP-Status. Ja, der VIP-Status kostet 20 Euro im Monat und, äh nee nicht 20, Entschuldigung, 99 im Monat. Ich habe schon wieder etwas anderes gedacht. Ähm, bringt euch die dreifache Geschwindigkeit in den, ähm, in den Kämpfen, was ja nicht schlecht ist. Äh, die durch Feldzüge erhaltene Erfahrungen erhöhen sich um 20%, ist auch nicht schlecht. Die durch Feldmünzen erhaltene Goldmünzen vermehrt sich um 20%, also ein 20% Boost auf alles in Feldzügen. VIP-Instanzen, die es nur in den Aktionsschlachten gibt, also VIP-Bereiche wegen, äh, VIP halt, also, äh, ist genauso wie in der Disco. Wenn du in den VIP-Bereich kommst, da kommen halt nur die VIPs rein. Fünf, äh, die Geschwindigkeit des Schicksalsführungswachstums verdoppelt sich. Das, da kann ich noch nichts zu sagen. Äh, vielleicht ist es eine große Sache, ich weiß es nicht viel, ist es auch nur nebensächlich. Da kann ich noch nicht reden. Da weiß ich noch nichts, weil ich darüber weiß. Aber das sechste ist, äh, Symbol eines ehrenhaften VIPs. Ein Symbol, dass du Geld für das Spiel bezahlst. So, was halte ich davon? Äh, erstens ein Applaus für die Macher von Demon Slayer, denn, dies ist, äh, ein, äh, einfach eine Sache, die, äh, das Power-Creeping, äh, low hält. Es ist nicht so Pay-to-Win, wie man es machen könnte. Äh, das Einzige, was Pay-to-Win freischaltet, ist, du bekommst mehr Erfahrung und du bekommst mehr Gold. Und du kannst das Spiel schneller machen. Und du kriegst Zeit, äh, Zugang zu den VIP-Instanzen. Ist das fair? Absolut. Du bezahlst Geld dafür, du bezahlst, dass die Entwickler das Spiel, äh, fortführen können und, äh, alle Entwickler auch ihren gerechten Lohn erhalten. So, wir geben uns in die Fettzugzone und gucken uns mal in die Aktion an. Und, wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir sehen nicht, äh, was hier die VIP-Zonen sind. Also, von außen sehen wir es nicht. Gehen wir rein, merken wir, oh, hier unten ist eine Seen-Farm. Die ist nur für VIPs. Das heißt, hier bekommst du, äh, auch nur Sachen, aber halt in größerer Anzahl als sonst. Prüfung des Vertrags mit Fremden ist zum Beispiel gar keine VIP-Instanz zur Verfügung. Also, es ist noch nicht mal in jeder Instanz ein, also eine, ein VIP-Bereich enthalten. Ja, ich wollte jetzt einfach nur ein Video dazu machen, äh, was der VIP überhaupt ist, wie viel er im Monat kostet. Ich kann das nochmal aufrufen, wo man den VIP überhaupt kauft. Äh, kauft, nein. Kaufen tut. Ihr wisst schon, was ich meine. Nämlich hier, wenn wir auf die 30 klicken, gibt's, ähm, so, ich lese einfach den Text so unten vor, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Wenn ihr auf einmal 99 aufgibt, um eine Monatskarte zu kaufen, könnt ihr innerhalb von 30 Tagen täglich 100 Diamanten abholen. Insgesamt könnt ihr 3000 Diamanten abholen. Wenn ihr mehrfach Monsterkarten kauft, können sich, äh, können sich die Zeiten der Monatskarten summieren. Das heißt, äh, immer wenn man sich mit einer Monatskarte einloggt, dass sie ja 30 Tage sind, bekommt man 100 Diamanten. Ist es, äh, ist es, äh, fair? Auf jeden Fall. Man, äh, gibt ja auch das Geld aus. Also, 3000 Diamanten nochmal für die 9,99. Was nehme ich? Äh, gucken wir uns das mal an. Wo können wir denn überhaupt, genau, wenn wir hier auf Aufladen klicken, sehen wir das. So, 3000 Diamanten sind 49 Euro. Deshalb, äh, allein deshalb würde sich das schon lohnen, äh, PvP im Gegensatz zu Diamanten zu kaufen. Also, in der, äh, in der Situation wären wir uns schon einig. Man muss sich auf jeden Fall die Monatskarte kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Wenn man sich mehrere Monatskarten aufsummiert, sich das. Also, kann man sie aufeinander stapeln. Das heißt, wenn man zwei kauft, hat man 60 Tage hintereinander. Wenn man drei kauft, 90 und so weiter. Ja, wenn man wirklich Geld dafür ausgeben will, ist es wirklich, äh, ist es, äh, das Beste, wenn man einfach den VIP-Status kauft. Ja, und wenn man das kostenlos spielen will, hat man keine Nachteile durch den VIP-Club, weil man bekommt auch so genug Diamanten, dass man damit zufrieden sein kann. Allein schon für den täglichen Einlog-Bonus, wie wir das hier sehen, wenn ich das aufmachen kann. Da, zum Beispiel, wenn man den sechsten Tag einloggt, bekommt man schon 600 Diamanten und mehr. Okay, drücken wir auf okay. Und am siebten Tag bekommt man 700 Diamanten. Eine zufällige 5-Sterne-Protagonisten-Karte und 150.000 Minzen. Also, wie gesagt, das, äh, VIP ist, äh, eine gute Sache, äh, stört nicht die Free-to-Play-Player. Deshalb, aus meiner Meinung nach, wenn ihr dem Spiel etwas Gutes kaufen, äh, etwas Gutes kaufen wollt, ne, etwas Gutes tun kauft, äh, oh Gott, äh, wenn ihr dem Spiel etwas Gutes tun wollt, dann kauft euch VIP-Status oder halt Diamanten, aber der VIP-Modus, äh, der VIP-Modus, genau, äh, lohnt sich am meisten. Und, äh, ja, wie gesagt, ein Lob an die Demon Slayer-Hersteller dafür, dass sie das nicht übermäßig, äh, Pay-to-Win machen. Ja, ich danke euch für das Zuhören und bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr Demon Slayer-Let's Plays angucken wollt, auf meinem Kanal gibt's jeden Tag eine Folge Demon Slayer für euch zum Anschauen. Also, falls ihr keiner verpassen wollt, einfach abonnieren und, äh, falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, falls nicht, einen Daumen runter, so kriege ich Feedback und die andere Art, mir Feedback abzugeben, ist in den Kommentaren. Falls ihr auch eine Meinung zu dem VIP-Modus haben, äh, zu dem VIP-Modus habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf alle Anregungen und ich sehe euch beim nächsten Mal. Der G2A-Link ist in der Beschreibung, falls ihr mir was Gutes tun wollt, einfach anklicken, euch ein billiges Spiel kaufen und ich kann weiter bessere Videos machen. Bis denn, Leute! Bis denn, Leute!